Ach, lieber Bienenstock. TCG, Folge Nummer 224. Mit dem Titel, das war unangenehm. Das fasst, glaube ich, so ziemlich jede TCG-Folge ganz gut zusammen. Dementsprechend bereite ich mich mental vor auf einen richtigen TCG-Klassiker. Gucken wir mal. Oh, Striebs hat mich so erschreckt. Das war so abgehakt gerade das Video, oder? Okay, ich bin relativ weggefiltert. Egal dann. So einfach ist das, man muss einfach nur sagen, herzlich willkommen zu Twitch Chips Germany. Nehmt euch Chips, lasst euch die Clips schmecken. Okay. Nee, wartet. Oh, Striebs. Hallo, Moppet, hallöchen, herzlich willkommen. Du hast es zum perfekten Zeitpunkt hierher geschafft. Schönen guten Abend, dir. Ihr seid mich so erschreckt. Wir kommen gerade mit dem Essen rein. Ist das dein uralter Computer? Nein. Das tut ein bisschen weh, da steht zu gucken. Steht mal vor, ihr steppt mit eurem Vibratschalter drin. Das muss halt auch sehr wild sein für die Krankenhausmenschen. Wir sind eine Minute intus und über die Aussage muss ich schon erstmal eine Woche lang drüber nachdenken. Die Aussage hat mich gerade schon gebrochen. Darüber zerbrechen wir jetzt den Kopf die nächsten Tage. Das fängt schon mal gut an. Ihr Marilyn Monroe Moment, aber im Liegen. Lass mir damage machen. So, was bist du jetzt? Also, Resident Evil DLC scheint ja Lid zu sein. Kraftstoff-Tonk. Das hat auch von mir sein können. Okay. Wie schlau war das jetzt, drauf zu schießen? Und da war sehr schlau. Hätte ich auch gemacht. Hätte ich auch gemacht. Und der alte Schwede, Hallöchen. Warum guckt sie so? Haha, nicht googeln. Haha, nicht googeln, schreibt der Chat. Was hat sie gegoogelt? Irgendeines dieser richtig bösen Internetwörter hat sie gegoogelt. Stopp. Haha. Nicht googeln. Was hat sie gegoogelt? Wer macht denn sowas? Tut das nicht weh? Warum heißt das Prinz Albert? Ach so. Ach, das geht ja noch. Och, ich hatte da gerade viel schlimmere Theorien in meinem Kopf. Holy shit. Das. Da hab ich. Da hab ich jetzt aber viel Schlimmeres erwartet. Ja, okay. Okay. Wenig noch? Ach, das rote Ding macht auch einen Impuls. Und gleich seid ihr alle tot wegen dem Impuls. Mhm. Also die Leute im Chat, die nicht wissen, was ein Prinz Albert ist, ja. Die sind damals nicht in den Genuss von Kurt Mirror, Herr der Ringe und einen Stein gekommen. Das müsst ihr nachholen. Ansonsten wird euch auch die Nerd-Lizenz entzogen. Ja, das braucht ihr. Das ist quasi euer Internetführerschein. Wenn ihr nicht Kurt Mirror und einen Stein gesehen habt, dann müsst ihr das jetzt sofort nachholen. Oder okay, vielleicht nach meinem Stream, das erlaube ich euch noch den Delay, aber das müsst ihr auf jeden Fall in Bälde nachholen. Und ansonsten muss ich leider die Polizei rufen und die muss dann leider euren Internetführerschein entziehen. Ich hab keinen mehr, weil ich seit über einem Jahr keinen Herr der Ringe Marathon mehr gemacht hab. Das ist was anderes, okay? Es gibt verschiedene Härtegrade dabei, okay? Und Rantek, hallöchen, hallöchen. Hinten. Wie habt ihr es lieber? Von vorne oder von hinten? Private Details teile ich nicht mit meinem Chat. Aber danke für die Frage und die Anteilnahme. Also, hast du gehört, Kevin? Will ich sauchten? Der Penis wird gleich vom Fernseher gehauen. Die Frage ist, warum steht WD40 neben dem Penis? Das sieht so, das ist so, das ist irgendwie extra so angeordnet. Da gibt's auf jeden Fall ne Story dahinter. Warum wohl? Das ist WD40. Das ist jetzt eigentlich nicht für Penisse gedacht. Ich denke nicht, dass das Penis sicher ist, WD40. Das ist nicht der Intended Use, da bin ich mir ziemlich sicher, lieber Chad. Das war absehbar. Aber ich bin ganz ehrlich, ich dachte, es würde den Penis erwischen. Ich dachte, der Penis geht gleich fliegen. Die Pflanze habe ich gar nicht gesehen. Ich habe zu sehr auf den Penis geachtet. Ja. Wo bin ich? Alter, warte, was? Hä? Wo bin ich denn hier gespawnt? Hilfe! Ist das normal? Das muss so. Wo zur Hölle bin ich? Von der David, Hallöchen und Sebrex, Hallöchen, Hallöchen an alle, die reinkommen. Ihr habt gutes Timing, wir haben gerade angefangen. Oh nein! Oh mein Gott! Aber sehr, aber sehr cinematisch gelandet, das Handy. Sah gut aus, sah aus wie aus einem Film. Nicht kaputt! Oh nein! Alter! Aber echt gute Streamqualität für ein Handy streamen. Hätte gedacht, es wäre eine Kamera. Bestimmt nicht in Deutschland. Kann kein deutsches Internet sein. Oh, es tut mir leid für diesen Screenshot. I'm sorry. Maoki, wenn du das nächste Mal Hilfe beim Ausziehen brauchst, du hast meine Handynummer. Ruf mich an. Wow, wenn das runtergeht, bin ich ein Matsch. Hier erwartet euch Skee. Guckt rein, wenn ihr Skee haben möchtet. Der Marderhund. Der Marderhund. Ich hab da gehört. Also wenn ihr demnächst Pro-Gameplay sehen wollt, dann müsst ihr bei der Kata reinschauen. Weil die Kata, die ist gerade in den E-Sport-Bereich gewechselt. Die ist auch schon unter Vertrag bei Team Liquid. Hab ich gehört. Bin mir nicht sicher. Oder war es doch G2? Einer von den Großen auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, ja. Und der Marderhund. Den Skill hat sie von der Mutter geerbt. Hör mal, deine Mutter, ja? Der treibt es wirklich immer bunt. Der Schelm, der klaut, was er so findet, bevor er dann damit verschwindet. Das heiße ich wirklich nicht gut. Weswegen er das riecht getut und nimmt sein großes Schießgewehr und erschießt den kleinen Marderbär. Du schaust gerne Reacts auf... Das war ein guter Freestyle-Rap. Slim Shady ist seitdem ziemlich ruhig, ne? Also hat man jetzt länger nichts mehr von dem gehört hier. Im React-Kanal React Clips Germany gibt es täglich bis zu drei Reacts von... Sag mal, Chat. Wer ist die denn? Die sieht ja scheiße aus. Guck mal, wie die guckt wie so ein Fisch, Alter. Sag mal, lieber Chat. Chat, äh, gehen eigentlich die Cam-Commands wieder? Äh, ja, die Cam-Commands gehen wieder. Könnt ihr ja grad mal testen. Die Cam-Commands hab ich wieder eingerichtet, siehste? Hat voll gut funktioniert. Seht ihr? Ja. Ja, also die hab ich repariert. Ähm, die gehen wieder. Könnt ihr jetzt bitte immer machen, wenn die Kamera geändert werden muss, ne? Dankeschön. Und die verschiedenen Streamern. Link in der Info oder React Clips Germany auf YouTube suchen. Schau gerne vorbei. Lustigerweise sollte... Hängt manchmal noch ein bisschen das Programm. Liegt an den Servern, aber funktioniert. Die Daily Soap verliebt in Berlin ursprünglich alles nur aus Liebe heißen. Allerdings hat man die Idee verworfen, weil die Zuschauer häufig die Serien mit den Anfangsbuchstaben abkürzen. A-L-N-A-L Oh Gott, das hat gebraucht. Die Reaktion war ja super. Ich hätte gedacht, da kommt irgendwas Nazi-mäßiges raus oder so, aber das ist auch nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass das irgendwen in Berlin gestört hätte, wenn sie einen Berliner Soap so abgekürzt hätten. Aber naja. Aber die Lache war ja mal endsympathisch, Alter. Die kamen von Herzen. Wir haben jetzt schon... Wir haben schon drei Jahre Zeit miteinander verbracht. Alter. Lisa macht das doch nicht. Ich hab mein Chat hier seit sieben Jahren, schleife ich den hinter mir her. Der stellt noch Anforderungen, der will noch einen Ring haben. Mann, der soll doch nicht wissen, dass ich den nur ausnutze, bis ich die einzig Ware finde. Sag doch sowas nicht. Komm doch auf Ideen. Die Höhen und die Tiefen, okay? Ich hab schon so viel durchgemacht. Wollt ihr mich heiraten? Mit diesem Schwesterling? Nein. Okay, alles klar. Ciao. Gut. Auf dem Weg zur Toilette... Das verflixte siebte Jahr. Entweder Trennung oder Hochzeit. Also wir müssen uns bis Ende des Jahres entschieden haben, Chat. Müssen uns bis Ende des Jahres entschieden haben. Auf dem Weg zur Toilette bin ich vielleicht über mein WLAN-Kabel gestolpert und hab mich voll auf die Fresse gelegt. Diese WLAN-Kabel sind aber auch echt veraltet und noch echt dick und massiv. Also es wird echt mal Zeit, dass die Technik sich da vielleicht ein bisschen weiterentwickelt. Weil das passiert mir auch sehr häufig, dass ich über mein WLAN-Kabel stolper. Mhm. Die ganze Zeit. Also dass da sich an der Technik noch nichts gemacht hat. Man möchte meinen, im Jahr 2023 würde es Wireless-Internet geben, aber nee. Ist schon krass. Unterdessen investieren die Geld in fliegende Taxis. Weiß ich jetzt auch nicht, was ich davon halten soll. Ja. Simba. Das sind meine Kekken. Mein Name drauf. Oh. 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 Die Katze ist auch schon drei Jahre überfällig, ne? Es wird Zeit. Au. You can't shoot me. Okay, you can't shoot me. Ouch. Guten Morgen. Einen wunderschönen Tag. Das ist mir zu positiv, darauf komme ich nicht klar. Das ist mir zu politisch, Toro. Tut mir leid, das ist... Oh. Oh. Entschuldigung. Ich hoffe, es geht dir gut, auch an diesen meinen Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich rede mit dir. Ich wünsche dir einen schönen Morgen. Ich wünsche dir einen schönen Morgen. Ich würde jetzt... Oder... Ich bin... Also... Also... Gibt da so Ausnahmen. Manchmal ist das schon okay. Oder, Chat? Also... Oder? Also... Also... Das gilt doch schon als emotionale Folter. Und da darf man sich doch auch physisch wehren, oder? Also Chat hilft, Leiche zu entsorgen. Okay, sehr gut. Da sind wir uns ja einig. Gut. Notwehr. Sehe ich genauso. Gut. Das ist mir halt letztens auch passiert mit meiner Pfeffermühle. Das war voll scheiße. Ich fühle. Ich fühle. Oh mein Gott. Ina? Oh Gott, nein. Aber ist halt Salz noch ein bisschen beschissener, weil das kriegst du nicht raus. What in the fucking anime is going on? Has VTubing gone too far? I'm not sure. Oh je. Sind die Beine auch animiert? Oder? Gibt es so ein Pantyshot-Command oder so? Oder wie? Ich mag den normalen Hamburger am liebsten, die kleinen Dinge im Leben. Blair, als ich noch ein Kind war, mochte ich Hamburger auch am liebsten. Nur wusste ich nicht. Die Art und Weise, wie sie Hamburger sagt, klingt halt, als würdest du über Hamburger Männer reden, finde ich. Ich habe noch nie gehört, dass jemand ein Hamburger sagt. Der Unterschied zwischen Hamburger und Cheeseburger. Und ich mochte immer keinen Käse als Kind. Und da habe ich immer gesagt, ich hätte gerne einen Cheeseburger ohne Käse. Und ich glaube, die McDonalds-Mitarbeiter haben mich auch einfach ausgelacht dann innerlich. Und dann war ich nämlich verwundert, warum immer auf meiner Verpackung Hamburger stand. Und ich war so, Hamburger? Ich habe doch einen Cheeseburger ohne Käse bestellt. What the hell? Bis ich erst gereinigt habe. Aber ich glaube, die McDonalds-Arbeiter sind Blöderes gewohnt. Also keine Sorge. Ich glaube, das passiert bei denen auch mindestens so fünfmal am Tag, dass jemand einen Cheeseburger ohne Käse bestellt. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, solange die nicht bespuckt werden, war es für die eine gute Schicht, glaube ich. Acht habe. Laufen. Ja, oder? Das finde ich auch. So. Warum? Was? Ach so. Okay. Malvea sagt, ich brauche was zu trinken, ist mir zu kotze hier. Zu kotze hier? Wie zu kotze hier? Was ist hier zu kotze? Ach, zu cozy? Oh mein Gott. Der Bot sagt einfach zu kotze hier. Äh, aber ich brauche mal was zu trinken, ist mir zu cozy? Ach so, als Ausrede für ich muss mal kurz weg. Hätte ich aber auch nicht gerafft, bin ich ganz ehrlich. Da hätte ich auch gedacht, brauche was zu trinken, um die Kotze runterzuspülen oder so. Weißt du, was mir fehlt in den letzten drei Hormen? Die Springer. Wow, wow, nein, 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 Springer! You get what you wish for, ne? Oh, scheiße. Oh, wow. Oder mach einen Screenshot. Wer ist das überhaupt unten? Ich kenne mich mit Promis nicht aus. Aber die Ähnlichkeit ist erstaunlich. Muss man schon sagen. Joy Flaming, aha. Mein Luftstrom. Hast du auch Angst, wenn du deine Hand da rein tust, sollte sie dann so abgehen? Bei diesen Föhn? Ja, ja, natürlich. Ich habe Angst, wenn du deine Hand da rein tust, sollte sie dann so abgehen? Bei diesen Föns? Kennst du diesen... Kennst du das? Ja, ja, natürlich. Ich habe Angst irgendwo auch gegen... Lustigerweise, interessanterweise, trotz dem Mangel an Wörtern weiß ich ganz genau, was sie meint. Weil das ist ein weirdes Gefühl, seine Hände in diese Lufttrockner zu schieben. Man hat zu viel Sorg gesehen, wo die Falle denn so Dehnen macht. Interessanterweise weiß ich genau, was sie meint, mit wenigen Worten. Und die funktionieren ja auch nie, davon mal abgesehen, ne? Aber ich verstehe. ...anzustoßen, weil ich dann Angst habe, dass da Bakterien auf meine Finger kommen und ich überlege jedes Mal, meinen Penis da reinzustecken. Da einfach, um zu gucken, wie es flattert. Also das ist nur... Okay. Ich muss... Ich bin eine Person, die sich Dinge sehr bildlich vorstellt. Da kam es gerade kurz wieder. Und deswegen musste ich kurz einen Exorzismus durchführen, damit das nicht sich in mein Gehirn einbrennt. Bildlich. Katzenbabys, Katzenbabys, süße Katzenbabys. Ah, jetzt wird's... Je mehr ich versuche nicht daran zu denken, desto schlimmer wird. Katzenbabys. Ich habe den Kampf verloren. Jetzt kann ich das Geräusch hören. Oh, warum? Warum? Das gilt doch als... Das gilt doch als mentaler Missbrauch, mir sowas in den Kopf zu setzen, oder? Das grenzt doch an Belästigung. Ich will mir das nicht vorstellen. Ach, Mann. Ende, mich schwöre, ne? Das nächste Mal, wenn ich den sehe, vielleicht Polaris oder so, I don't know, mal gucken. Ich halte ihm das vor. Ich halte... Ich kann das... Ich werde das ansprechen. Ich lasse das nicht auf sich beruhen. Das geht so nicht. Ich möchte das nicht. Das gibt Beef. Einfach um. Unangenehm. Ich glaube, er meinte sein... Ähm, also den... Der Code war. Äh, nee, ich hab's gewechselt. Ähm, Ohren. Ich hacke keine Walnüsse. Ich mache... Das hier. Äh, ich muss... Warte, ich muss... Ich muss... Ich bin noch nicht so weit. Das war gerade mental belastend, okay. Ich brauche noch eine Weile. Ab Command. Ihr verpasst nicht so viel, aber... Euer Command funktioniert natürlich. Uh. So, habt ihr gesehen, ne? Bisschen Server-Delay und so. Okay. 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 Ich brauche keine Walnüsse. Ich mache... Das hier. Ups. Da muss die aber... zugeschlagen haben. So Ölflaschen sind doch mega stabil, Alter. Na gut, aber wer weiß, wie oft sie das schon gemacht hat. Vielleicht war das so, äh... Langjährige Abnutzung. Who knows? Zu sehr von oben. Oder ist das cool? Oh man, jetzt ist halt... Junge, mir fällt alles runter. Ich kann das alles nicht mehr. Der Stream ist abgebogen. Ich fühle die Verzweiflung sehr. So Tage hat man manchmal. Äh... Okay, jetzt hätte ich jetzt gleich einfach gleich wieder runtergeschmissen gerade. Wo bunkert man sowas, Alter? Ich baue das ja auch nicht so. Es wird einfach immer schlimmer mit jeder Sekunde. Jesus. Ich habe das halt noch kaputt gemacht. Klang. Diesmal nicht. Leu, seine Nanoleafs hinter ihm sehen aus, als hätte er so... so einen heiligen Schein hinter sich. Witzig. Stufe 10. Ich habe es gerade gesagt. Und die ist riesig. Sehr lecker, muss ich sagen. In Prinzipien. Sehr schön. Sind die auf Malle? Ich... Also vom Vibe her hätte ich gesagt Oktoberfest, aber da sind Palmen. Ähm, weil der Vibe ist ja irgendwie schon extrem assi im Hintergrund, ne? Ist das Malle? Äh, das ist... Also... Warum... Warum? Ich habe nur zwei Sekunden Videoausschnitt gesehen, dachte mir direkt so, boah... So muss die Hölle aussehen. Das ist gar kein Bock, Alter. Ja, so von der Assigkeit her war mein erster Gedanke Oktoberfest. Dann habe ich die Palmen gesehen, dachte mir, hm, Malle? So. Ich habe es gerade gesagt. Ich weiß, es geht um den Witz. Der war auch nicht schlecht. Aber ich bin in Gedanken immer noch bei mein Gott. Das wäre... Dieser Ort wäre mein schlimmster Albtraum. Einfach nur asoziales Sausagefest im Hintergrund. Meine Fresse, Alter. Naja. Der Witz war aber auch nicht schlecht. Das war ein guter... No one knows me, ich bann dich gleich. Wobei, ich bin jetzt drüber hinweg. Ich habe das Trauma vom letzten Clip schon verkraftet. Ich bin drüber hinweg. Ich habe es verarbeitet. Jetzt die Vorstellung eigentlich ganz witzig. Aber sie wurde gegen meinen Willen in meinen Kopf gepflanzt. Finde ich aber noch nicht gut. Weiche geht weg, Schüssel. Ja. Spring mich mal in Sicherheit. What the fuck? Schaut ihr das an? Alter, ist das geil. Täglich Katzenkampf beginnt. Und fight! Level up sein. Vielleicht aber auch nicht. Diese Leute machen mir ein bisschen... Bro, was ist das? Was hast du denn erwartet im Berghain? Ist doch ganz normal. Jetzt starte nicht so an. Benimm dich mal. Mann, 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 Mann. Also, der verfolgt mich schon die ganze Zeit. Und ich habe das Gefühl, wenn das noch eine Stunde so weitergeht, dann kann ich irgendwie so eine einswürdige Verfügung für den holen. Dieses perverse Ekelschwein. Aber nicht so pervers wie einfach unschuldigen Leuten dieses Bild mit dem Handföhn in den Kopf zu setzen. Einfach so. Unschuldigen Leuten ohne Consent, die das nicht in ihrem Kopf haben wollen, die sich dagegen nicht wehren können, ja? Jeder braucht eine Klopapierrolle an seinem Schreibtisch. Und für die extra schweren Momente gibt es die Rolle auch in XXL. Ab einer gewissen Frequenz lohnt sich das, ne? Okay. Äh. Da steht Schnupfnase. Hat das was damit zu tun? Gucken wir gleich mal. Ähm. Ähm. Ey, ist das eklig! Ist das eklig! Boah! Boah! Ist das eklig! Mir macht ja vor allem das kleine Stück Sorgen, was gerade in den Ausschnitt gefallen ist. Äh. Äh. Als hat dich jemand angeschissen mit dem Schiff. Ich weiß! Du was? Äh. Ähm. Ähm. Selbstschutz. Bitteschön. Bitteschön. Guck mal, ich hab schon schlimme Bilder in meinem Kopf. Chat, die müsst ihr nicht auch noch haben, ne? Ich, komm. Komm. Gibt eine Grenze. Er hat doch gerade gewonnen, oder nicht? Oh mein. Warum beleidigen wir das Spiel? Äh. Das ist deutsch? Was? Nein, das ist S. S? Im Deutschen gibt es doch nicht S. Das S, das ist die Karte S? S? Ace. Ace? Kartenspiel S. Pick S. Gleich Ace of... Moment, 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 Moment. ist aber irgendwo nachvollziehbar, weil... Also wie oft benutzt man denn das Wort Ass im Deutschen? Also mein erster Gedanke wäre auch Ass im Englischen. Ist halt auch irgendwie... Verstehe ich. Verstehe ich tatsächlich die Verwirrung. Ass im Ärmel? Ja, ich spiele keine Karten. Ich benutze das Wort Ass nicht so oft. Mein erster Gedanke, wenn ich A, S, S sehe, ist auch das englische Ass. Ich denke da ja persönlich eher an Ärsche und weniger an Karten. Kann ich nachvollziehen. Ja, Tennis spiele ich auch nicht. Bube, Dame, König... S. S? Ass gesprochen. Ja, ja, du... Kronk. Danke für den Giftezap an Kronk. Kronk mit K.H. Kennt man den? Der Name sagt mir auch was, habe ich schon mal gehört. Aber... Ah, warte mal. Muss man nicht kennen. Kennt man nur von den komischen Katzen-Erschieß-Videos. Ist so ein Typ. Kannte irgendwie keiner. Wurde mal gecancelt wegen den Katzen und so. Aber muss man echt nicht kennen. Nee, 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 nee. Ah nee, das war ungespielt. Ich verwechsel die immer. Warum nicht? Du hast gestern... Du hast heute alles losgehabt. Also. Wo willst du das daran festmachen? Der ist doch gar nicht lang. Warum ist diese Folge heute so... Ich weiß nicht. Nein. Weiß ich jetzt nicht, ne? Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Ich will ja auch gesagt, einfach nur gut fahren. Na gut, dann macht sie mal. Ich hab mich heute eingekackt auf dem Parkplatz von Rewe. Alarm! Alarm! Bei der Crash-Team... ...Challenge. Geht's nicht nur darum, irgendwelche Autos zu zerstören. Du zerstörst auch die Person. Du zerstörst auch deinen Gegner. Physisch. Das alles. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das mal sage, ne? Aber in letzter Zeit war die Sonja so normal und so nett. Und so mehr Sonja als Milchbaum so. In den Clips, die ich gesehen hab jedenfalls. Und ich hätt nicht gesagt, dass ich das mal sage. Aber ich hab die alte Milchbaum ein bisschen vermisst. Classic Milchbaum. Irgendwie ist das schön. Bei der Crash-Team-Challenge geht's nicht nur darum, irgendwelche Autos zu zerstören. Du zerstörst auch die Person. Du zerstörst auch deinen Gegner. Physisch. Das alles. Das Selbstbewusstsein, das Selbstbild. Du haust da richtig drauf. Physisch. Erwischen. Nein! Ich schwör dir! Ist er schon vorbei? Ich hol dir einen Arsch und dann lass ich dich dran riechen. Hm. Ich wünsche dir alles zum glücklichen Glück. Entschuldigung. Ich will... Jess, Error, Exe, Exe, 04040404. Ich wünsche dir einen glücklichen Glückwunsch. Und einen Glückwunsch zum... Ge... 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 Die Jess hat das ja öfter... Die Jess hat das ja öfter mal. So eine Brain Lags. Ne? Kennen wir ja schon von TCG. Kann die ab jetzt bitte einfach immer mit der Flöte drauf reagieren? Das wäre so witzig. Immer wenn sie ein Wort sucht und nicht findet so einfach die Flöte neben so... Nee. Das wäre irgendwie... Das wäre eine gute Maßnahme. Das fände ich witzig. Das wäre ein guter Running Cake. Die Katze hat mir gerade aufs Zeichentab gekotzt. Mhm. Oh. Ah. Mensch. Moment. Da war was. Die kommt mir bekannt vor. So. Kotzt. Dieser Clip, der musste sein, nachdem ich das letzte Mal diesen ultrasüßen Katzenclip mit Fetelines-Katze gesehen habe und mein Herz geschmolzen ist. Ich musste jetzt wieder zurückgeholt werden in die Realität. Dankeschön dafür. Katzenfieber. Katzenfieber erst mal wieder kurz beruhigt. Aber nur für eine kurze Zeit. Ich kann das alles nicht. Aber müsste er ja eigentlich... Also, so einen kleinen Fall müsste ein PC ja eigentlich abkönnen. Hoffentlich. Mein gut. Ja, okay. Doch, war hoch. Guck mal. Extra nochmal für euch. Extra nochmal für euch. Ich weiß. Guck mal. Ich musste leiden. Mit den Handbläserbildern in meinem Kopf. Jetzt extra für euch. Wenn ich leide, müsst ihr jetzt auch leiden. Ja. Guckt ihn euch an. Da ist bestimmt eine 4... Stellt euch vor, da ist eine 94 drin. Da ist eine brandneue 94 drin. Guckt euch das an. Brandneue 94. 90. Unbenutzt. Neu zusammengebaut. Alles gerade. Ja, ich weiß nicht. Was meint er? Wie groß sind die Chancen, dass er noch geht? 50-50? Ich meine, wenn er Glück hat, ist nur was ein bisschen locker gegangen. Wenn er Pech hat, ist irgendwas verbogen. Kommt auch drauf an, wie gut die Sachen stabilisiert waren. Hm. Hm. Ich kann das alles nicht. Aber einer der Gründe, warum ich keinen Bock hatte, hier Schreibtisch aufbauen und Setup umräumen im Stream und so. Wenn du so abgelenkt bist und so, dann passieren halt auch eher so scheiß Sachen. Also, ich weiß nicht. Teure Technik umräumen mache ich lieber in Ruhe. Genau wegen sowas. Du ja, aus der Schweiz bist, ne? Das vergesse ich manchmal. Das habe ich vergessen jetzt. Interessant, dass das geht. Ich habe mich jetzt nicht gerade selber umgebracht, oder? Interessant, dass das geht. Schmeckt das nicht? Schmeckt das nicht? Gib her. Ich probiere auch. Weich, weich, weich. Aber jetzt ist doch die Frage, was ist das? Was ist das? Will ich das wissen? Hm. Ich rede mich auch oft in ein Kreuzfeuer. Kitten, ich kenne das. Ich kann das sehr nachvollziehen. Oh Mann, irgendwas mit einem Kragen. Ich rede mich... Ich glaube, Kitten braucht auch eine Flöte. Genauso wie Sperling. Die braucht auch so eine Notflöte für solche Momente. Ich rede mich... Um Kopf und Kragen? Hä, wo kommt das Kreuz her? Gronkh... Äh, finde ich problematisch, dass Katzenmördern hier noch eine Plattform gegeben wird, ne? Dieser Clippy macht auch alles für Geld in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, ne? Moral hat der ja auch schon lange aus dem Fenster geworfen, ne? Ich dachte, wir hätten den gecancelt, diesen Gregor Schmegor da, den eh keiner kennt. Mann, 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 Mann. Äh, die Faggel kommt hinten rein. Ja, guck mal, das ist die Demo, die wir uns angeschaut haben, letzten... Die wir uns gerade angeschaut haben. In dem... Ich meine hier in den Slot hinten, in den letzten. Das hat es nicht besser gemacht. Irgendwie ist heute wieder... Die... Die Chemtrails wurden wieder auf Horny gestellt an Giant letzte Woche. Meine Güte. Ja, Elodie, der Level of Detail, ne? Ich bin doch so ein bisschen hier kurz... Ihr kennt das, ne? Technik-Keros muss kurz... Wie die Vögel im Frühling. Es geht nur ums Ficken. Ein bisschen ran. Wenn ich das jetzt alles ganz hoch schraub, dann stirbt mir wahrscheinlich der Rechner doch komplett weg. Hä? Ich war doch nur im Grafikmenü. Dankeschön. Ja, Rechner explodieren lassen ist halt ganz schön, ne? Das ist ganz schön kriminell. Ich dachte gerade, das wäre Insania gewesen auf den ersten Blick. Witzig. Für den Support. Ich mach's. Oh, ich hab die... Oh! Hör nur, die Cap. Da muss ich nicht was zum Spiel raus teppen. Aber Lucy, hör auf! Ja, das ist gut. War das gerade Minecraft-Dorfbewohnerisch? Ja, ne? Das war gerade Minecraft-Dorfbewohnerisch, da geht's um Minecraft. Oder warte, wie? Ho. 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 haben. Wieso kann ich nicht laden? Hab ich aus Versehen mein Spiel gelöscht, indem ich die ganze Zeit Leertaste gesmasht hab? Ich find's auch gut, dass da steht, äh, der Slot, wo man neues Spiel speichern kann. Ich find's gut, dass sie das mit leerer Schlitz übersetzt haben. Äh, da sieht man, da hat der Google-Übersetzer wieder ganze Arbeit geleistet, ne? Da fehlt auch die Leertaste. Wirkt ja alles richtig High-Quality. Speichern Sie das Spiel bitte hier im leeren Schlitz, ne? Du blöde, guck hier um das Auto rum, ihr Idioten! Das ist wunderschön! Die Creme de la Creme der Spielebranche. Immer wieder schön. Immer wieder schön. Bei Dungeons & Defenders im Setup heißt es Sparen und Ausfahrt als Übersetzung für Save & Exit. Ja, Weltraum, ne? Drücken Sie Weltall. Drücken Sie Space. Die. Das sind die Freundschaft. Ja. Ich kann deine Freunde dich anspucken. Ja, haut schon ganz gut hin, oder? so passt kommt er gleich wieder hochgeschnitten ich bin so ein poli blöde friedlich nein ich sag doch friedlich was zum beispiel machst du da ich will dich benennen also ich wiederhole mich nochmal diese tcg-folge also letzte woche hat die regierung die chemtrails anscheinend auf horny gestellt anscheinend geburtenrate ist mal wieder runtergegangen und so merkt man merkt man sehr gut dass ich meine akasha säule aufgestellt habe mich beeinflusst sowas nicht da habe ich damals auf diesen gregor ong nämlich gehört deswegen beeinflussen mich diese dinge nicht mehr ich bin vor den chemtrails ist mir sicher ich bin vor den chemtrails sicher mein stream ist ab 18 mein stream ist ab 18 das game ist entspannt und nicht so schlimm wie behauptet wird ja ganz bestimmt diese spiele teil 10 die extrem verstört sein können spielt auf eigene gefahr ja wie visage sowieso extrem entspanntes spiel ja stellt euch mich vor in nacklich nur mit der windel an aber in klein okay nicht ansonsten ist es zu cringy aber ich wollte gerade sagen schwieriger satz im internet schwieriger satz im internet du genau meine oma hatte früher so hässliche clowns gesammelt ja mit dir hat sie angefangen ha schuldigung ja es tut mir so leicht die vorlage komm bast schuldigung das ging so schnell da müssen wir jetzt einfach nochmal hingucken du das haben wir das ist an uns vorbeigerauscht gerade der clip tut mir so leicht die vorlage komm bast schuldigung tut ihm überhaupt nicht leid überhaupt nicht tut dem glatzenmann das leid überhaupt nicht null ich finde das so witzig wenn am ende von tiktok so wenn das video so abgeschnitten ist am ende so und dann endet es einfach ich weiß nicht warum ich finde das immer lustig das sind die simplen dinge im leben ne einatmen auf nein nein i mean i mean i mean what exactly did you expect da unten ist schon licht an wir sparen wieder ein bisschen mama the beast inside war so langweilig ich muss eine sache sagen ich hasse es wenn ich auf toilette bin wenn jemand mit mir redet ich kann das nicht ich kann das nicht rede dich mit mir wenn ich auf toilette bin warum warum reden leute mit dir während du auf toilette bist the fuck wohnst du in so einer offen gestalteten hippie kommune wo das klo mitten im wohnzimmer steht oder oder warum führen diese menschen einfach alle ein komplett anderes leben als ich oder das extra die tür ist zu ich bin nicht da ich brauche meine konzentration ok ich versuch mal ob wir den hier machen können ja aber nicht so guter versuch er hat zwei schläge durchgehalten das ist mehr als einschlag das ist für dark souls verhältnis jetzt gar nicht so schlecht weil sie sich schon flirten wenn ich dann so wenn ich so macht dann zum beispiel so so was sehe so so ich kann das jetzt mal vormachen da wird jetzt schon eifersüchtig hallo wird das jetzt genauso eklig wie diese anderen sexuellen clips da muss ich dich leider skippen kapuzenwurm gebt ihr mal eine chance ja sobald die zunge raus gestreckt wird bin ich weg ok oh ein schlugelwoll schlugel willst du mit mir einen keinen kaffee trinken das geht noch da wäre natürlich klar da kann man gar nicht nein sagen das ist noch ok das lass ich noch durchgehen ok hätte jetzt angefangen die kamera abzuschlabbern ich hätte mir gereicht für heute bin ich ganz ehrlich schon genug belästigung erfahren dieser folge na für die wäre ich jetzt sofort ausge ja 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 ok oh das war ja gar nicht mal teilt das war ja teilt wie Blockflöte da werden wir jetzt einfach immer Blockflöte rausholen bei solchen Gelegenheiten meine Mama was 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 wie ich würde bei so Leuten gerne mal ins Gehirn gucken deren Gedankenverwirrungen müssen echt unterhaltsam sein Mann wenn man bedenkt dass irgendwie nur ein Teil davon ausgesprochen wird ist bestimmt witzig kann ich eigentlich dieses Kindchen nicht anlauben so hide und seek mit denen spielen steht doch ein Kind vor mir Junge wieso kann ich das nicht anfassen Mann anschlagen meine ich oh nein was ist auch falsch wir sind dann jetzt weg tschüss tschüss was machen wir jetzt raus keine Ahnung ich muss ja irgendwie dahin um das auszumachen einfach gehen also mit mit tuch tink 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 hey Luna ist so witzig ne holy shit alter holy shit alter hat keiner gesehen ne ich glaube die denken jetzt wir sind Zauberer Kau ich glaube auch oh shit meinst du Glück ne na gut na gut na gut na gut bisschen Schmerzen und sexuelle Belästigung ne aber alles in allem solide TCG Folge auch wenn ein bisschen die Horny Cam Trails am Start waren letzte Woche anscheinend ne mein Clip war nicht horny da ging es um Katzen ich war die einzige die sich benommen hat letzte Woche muss man mal sagen wie es ist ne ich sag ja nur la Ja.